Herzlich willkommen liebe Leute, DevEx hier mit MV3 Online. Wir haben den 10. Part, bzw. wir sind beim 10. Part und aus irgendeinem Grund hat sich mein MV3 wieder auf Deutsch gestellt. Ich habe keine Ahnung warum, aber es mir auch recht wurscht, weil im Multiplayer ist die Sprache sowieso nicht unbedingt wichtig und deshalb können wir es eigentlich so lassen. Es hat nur ein Spieler gefunden. Wir haben 12.30 Uhr. Ich will noch mal eine Mittagspause genießen, also lasst mich doch mal ein Spiel finden. Nein, ich will nicht Mission, ich will Outpost. Keine Mission, Outpost. Und es wird Mission. Egal. Übrigens, ich nehme ja MV3 so mit 60 FPS auf. Das wird aber nächster Zeit mehr, weil neben mir liegt gerade dieselbe Grafikkarte, die ich schon habe und zwar eine HD 6870 von AMD. Und ja, dieselbe habe ich hier jetzt nur noch einmal, um Crossfire ausnutzen zu können. Crossfire bedeutet, dass man im Prinzip zwei Grafikkarten verbindet und dadurch dann mehr Leistung erhält. Mehr Leistung erhält. Und das ist dann voll toll und so. Und dann kann ich auch alles vielflüssiger aufnehmen. Hoffe ich mal. Also, natürlich läuft dadurch alles flüssiger. Demnach könnte ich dann auch andere Spiele in 1080p aufnehmen. Ich liebe es, wie genau die Ska-Age ist. Oder das Ska-H halt. Das ist so brutal. Bist du das noch ohne Rückstoß? Das machst du schon fast ein bisschen OP. Ja, klasse. Ist ja Streeling. Du bist auch so ein Streeling. Achso, Peacha, achso. Gibt sich auch mit Skill. Wäre ja nur 45 FPS. Das ist voll ekelhaft. Genau, lauf rein. Oh, da hat er noch seinen C4 aktiviert, oder? Ich bin irgendwie reingesprungen. Fuck. Ah, okay. Dass sie campen müssen. Ah, ich dachte gerade. Und dazu auch noch so schlecht. Also, die Sniper ist ja schon richtig Hammer. Also, so richtig Hammer. Ich mag's so richtig, wie ich ja eben schon drei oder vier Mal gesagt hab. Ähm. Aber ich hab's hier ja leider noch nicht. Und das nervt mich gerade, weil die richtig geil ist. Ich mein, ihr habt's ja gar nicht gesehen. Im Prinzip, das ist wie die, 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 die Intervention, ne? Und die Intervention, die hab ich geliebt, die Waffe. Einfach zu gut. War mein absolutes Lieblingssniper. Weil ich, ich mein, ich snipe ja in jedem Spiel. Weil snipen kommt einfach so Assassin-mäßig rüber, finde ich. Und ich mag es einfach, wenn irgendwas Assassin-mäßig rüberkommt. Ja, camp noch mehr. Alter Schwede. Ist das lame von denen. Ja, aber egal. Wir pawnen sie ja gerade trotzdem. Hab ich ja gerade mein eigener Team mit angefrackt. Hahaha. Nein, die Wollte. Ha. Oh, haha. Alter. Wieso hat der jetzt die? Der hat doch eben noch die geile. Oh, fuck it. Ich will die gar nicht. Die ist wohl scheiße. Okay. Nice lag. War da nicht eben einer? Na ja, scheint irgendwie nicht so. Achso, das ist ein Team-Age. Okay. Hä, wir haben gerade 19,5. Gar nicht so schlecht. Helikopter einsatzbereit. Oh Gott. Nee. Schlechter kann man gar nicht campen. Dachte ich. Bäm. Bäm. Ich würde mal sagen, total geowned habe ich die. Warte, da, da, da. Nein. Nö. Ich will die gar nicht. 25,5 habe ich. Boah, Alter. Schön. Ach, fuck. Nein, die Waffe ist aber auch ein bisschen zu. Unpräzise. Hat er noch einen zu krassen Rückstoß. So, jetzt noch schön. Predator. Holy fuck. Das macht den, das macht den, das macht den. Oh, Tribble. Ach, 30, gut. Dann habe ich ja noch ein paar Minuten. Das Spiel ja ordentlich zu beenden, ne. Oder auch nicht. Sondern mein Team-Age macht's. Egal, es war ein wunderbares Spiel, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt einfach noch wilder auf diese Sniper. Ich will sie einfach haben. Ähm. War ein richtig schöner Spray dabei. Und ein Dribble Predator Kill. Ich kann gar nicht reden. Dribble Predator Kill. Egal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, sag ich ciao. Und, ja. Bis zum nächsten Mal, ne. Ciao.